Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge Zombie Riot. Ja, es kommt eine zweite Folge davon und zwar hätte ich sehr sehr gerne eine neue Folge von Ark Park gebracht. Das Problem ist, das Spiel macht gerade einige Probleme. Ich muss es wahrscheinlich komplett nochmal neu raufziehen, aber naja, mal gucken. Ich werde das Problem definitiv beheben, denn ich sehe ja selbst, dass das Spiel sehr gut bei euch ankommt. Und jetzt wollen wir hier weiter loslegen. Alter, geil, jetzt sind wir draußen. Ja, komm mal her, mein Fräulein. Also wie gesagt, meine Freunde, ich werde das Problem definitiv beheben und danach gibt es weiter Ark Park. Denn ich habe noch einige Dino-Spiele für die VR-Brille und die will ich alle ausprobieren. So, dann lassen wir uns mal weiter Zombies abschlachten. Ach, ich muss, ah, ich muss das Solar-Ding jetzt beschützen, ja, nice. Alter, ey, das sieht so nice aus. Geile Toilette. Hier kommt keiner her. Das ist ja nur eine Uzi. Was soll ich denn mit einer Uzi machen aus der Entfernung? Meine Frise, ey. Es gefällt mir. Schade, dass man hier nicht richtig rumlaufen kann. Das wäre richtig nice. Ach, das wäre richtig herrlich. Allein diese kleinen Funken, die hier umherfliegen. Oh, 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 oh. Aber zum Glück, dass hier so viele Patronen drin sind. Wie viele? 100. Niemals. In so einem Magazin sind niemals 100 Stück drin. Alter. Okay, jetzt legen wir mal richtig los. Alter. Siehst du, 26 hätten wir noch übrig gehabt. Na komm. Alter. Ich bin echt noch gespannt, was auf uns noch zukommt. Oh, da hinten. Eieiei. Ach du Scheiße. Oh, nachladen. Scheiße. Das war's. Macht's gut. Alter, noch mehr? Alter. Nein, 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 nein. Fuck. Alter, what the fuck? Wie viele halten die denn aus? What the fuck? Alter, dass das Gewehr noch hält. Wow. Alter, das... Das wird ja langsam anstrengend. Alter. Mal gucken, kann ich da hin? Hallo? Ach, da wird wahrscheinlich eh keiner drin sein. So, weiter geht's. So, wo sind wir jetzt? Ich bin in my shooting here, like it was yesterday. Wait. It was yesterday. Ja. Wollte ich schon gerade sagen. Die Nacht ist vorbei. Ähm. One-Ever. Nee. Freunde. Das ist doch ein Flammenwerfer, oder nicht? What the fuck? Okay, diesmal wollen sie mich sehen. Diesmal wollen sie mich haben. Da waren wir gestern. Alter, keine Chance. Keine Chance. Alter, da sind alle fern von mir. Was denn gerade explodiert? Da kommt... Kommt alle her, Alter. Nein, meine Schafel. Meine Schafel ist gerade weggeflogen. Na, komm. Kommt alle her, Alter. Ich bin euer Retter. Zombie-Apokalypse, was soll das schon sein? Oh, ich dachte gerade, da kommen welche von der anderen Seite. Na, komm, nur auf die Beine. Ja, tut mir leid. Hier kommst du nicht weiter. Na, komm. Ey. Sehr schön. Ach. Ich bin ein guter Sch... Was soll ich gerade sagen? Warum bist du denn umgefallen? Oh, da kommt ein großer A. Da kommt ein großer. Jetzt muss ich mich beeilen. Oh, nicht nur einer. Fuck. Fuck. Nein, ich hab verkackt, Freunde. So, Freunde. Wir sind jetzt genau da, wo wir vorhin stehen geblieben sind. Oder beziehungsweise verreckt sind. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich wollte schon gerade sagen, wo kam denn die ganzen Strahlen gerade her. Wow. Alter, jetzt geht's rund hier. Wow. Alter, weiter. Also mit der Pistole bin ich, glaube ich, besser dran. Alter, sieht die nice aus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nee, da ist noch irgendwo einer. Irgendwo da so direkt. Da. Wow. Da sind neue... Alter, es sind Feuerzummi's. Nice. Okay. Hört sich gut an. Ja, meine Freunde, dann... Äh... Ich bin am Überlegen. Pistole oder andere Waffen? Hm. Mal gucken. Oh, ja, Mann. Achso, diesmal nicht. Ja, merke ich gerade nichts davon. Hä? Beide Hände? Geht ja gar nicht. Nein. Oh Gott. Äh. Oh. Schneller, 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 schneller. Hä? Aber wo? Hä? Hä? Okay, irgendwie... Äh, macht er das auch so? Geile Waffe. Mit Trommelmagazin. Besser geht's gar nicht. Alter, die Kleinen tauchen jetzt auch langsam in Rot auf. Cornfield, ey. Wie soll's auch anders sein? Wie in jedem Alienfilm. Stimmt ein... Wow. Oh. Wow. Nein, 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 nein. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Okay. Okay, wir haben hier zwei Waffen. Schnell nachladen. Wow. Alter, jetzt geht's doch da ran hier, ne? Immer. Ganz ruhig. Ganz ruhig, meine Freunde. Meine Kleinen. Wow. Alter. Oh, Mann. Dieses Spiel wäre so geil, wenn man hier rumlaufen könnte. Wow. Stehenbleiben. Du auch. Ich hab' gesagt, stehenbleiben. Ich muss echt aufpassen. Ich glaub', ich darf maximal, wenn überhaupt, drei Stege abkriegen. Na komm'. Na komm'. Durch die Beine. Ich werd' mich ja einmal... schön durch die Beine unten durch, aber... Ach. Nicht, dass mir die Brille vom Kopf fällt. Es war fest genug, aber... Wer weiß. Könnte ein bisschen laut werden. Für euch. Nicht für mich. Ach, das macht Spaß. Ich... Ich hab' mir so überlegt, ich werde auf jeden Fall mehrere... VR-Spiele bringen. Denn... Ich hab' so viele Spiele, das glaubt ihr gar nicht. Wenn ihr... mal gerne irgendein VR-Spiel sehen wollt... Schreibt das mal am besten in den Kommentaren. Boah. Jetzt kommen sie alle. Nein, 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 nein. Headshot war das, Alter. Da wollte er mich anspringen. Komm her. Alter. Mit einem Schuss, zwei zerstört. Geiler Scheiß. Wo kommen die denn alle her? Also, diese Runde dauert grad extrem, ne? Na, kleiner Zwerg. Da ist eine Luft geflogen. Oh nein, mein Beideid. Nein, 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 nein. Oh. Alter, diese kleinen Zwerge, ne? Also, jetzt bin ich nicht mehr so zimperlich. Ohne Scheiß. Oh. Also, hier muss ich echt aufpassen. Oh. Huh. Geschafft. Alter, nächstes Level. Ich hoffe, ich hab dich gleich wieder. Boah. Boah. Oh. Nein. Hä? Also, doch mit zwei. Okay. Wow. Alter, Elektrogewehr. Geiler Scheiß. Ein MP5. Wow. Alter. Was geht denn hier ab? Ja, Freunde. Ich würd sagen, das ist ein leichtes Spiel für mich, ne? So. Kommt her, Alter. Ah, die wackelt aber ein bisschen viel. Ah. Nein. Echt jetzt? What the fuck? Alter, habt ihr grad gesehen, was da an Energie wegging? Alter, die Hälfte ist weg. Instant einfach mal weggeschlagen. Oh, von oben auch. Na, super. Alter. Don't touch me. Fuck. Das war's. Das war's. Okay, ich brauch... Wisst ihr was? Mit den Pistonen bin ich besser aufges... Ey. Mit den Pistonen definitiv besser. Definitiv besser, ey. Die MP, ey. Darauf geschissen. Das Ding darf keinen Schlag mehr abkriegen. Ach, fuck. Ah, ich war grad abgelenkt durch den Linken. So, Freunde. Jetzt... Oh, meine... Meine Hand ist grad weg. Meine Hand war grad weg. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Na, komm her. Gleich nachladen. Scheiße, dass ich die Lampen irgendwie nicht runterschmeißen kann, sodass die brennen. Ne, geht nicht. Ah, ich sieg grad nicht. Davon hab ich ein Fass. Also, wenn's echt brenzlig wird, muss ich dagegen schießen. Oh, bisher kommt da von dort nichts. Das ist... Ich fühl mich echt wie in The Walking Dead. Ach, sche... Okay. Nein. Jo. Da liegst du gut. Wow. Alter, kann mal jemand die Tür dazu machen? Geht ja mal gar nicht klar hier. Äh, äh. Ah. Kraftstoff. Ey, ich hoffe, wir können vielleicht fahren. Aber wofür brauchen wir das denn sonst? Oh, oh. Get down, Alter. Na, mal gucken. Okay, selbst erschießen kann man sich nicht. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall super. Das heißt, jeder kann das Spiel spielen. Wow. Das ist ja kein Hit abbekommen, oder? Nö. Sieht recht gut aus. Wow, wow, wow. Ach, knappe Sache, Alter. Mich wundert das gerade, dass die Dicken nicht kommen. Warum liegt denn meine Waffe auf einmal da? Okay, warum nicht? Waffe, komm her. Oh. Ja, jetzt. Da liegst du gut, würde ich sagen. Wow. Der hat sich dahinter versteckt. Der ist kaum sichtbar gewesen. Oh. Da unten liegt wieder meine Waffe. What the fuck? Alter, es regnet Waffen, Freunde. Es regnet Waffen. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ach, geschafft. Sehr schön. Machen wir. Nächstes Level, Freunde. Hallo, mein Schätzchen. Auch nur mit einer Hand. Nein. Brauche ich nicht. Ich weiß doch nicht, wo. Oh. Freunde. Wir fahren. Oh, what the fuck? Alter, mach Platz hier. Bam. Von hinten kommt nichts. Sieht gut aus. Dicken. Gib mir Gas. Hier. Gib mir Gas, Alter. Hab nicht ewig Zeit. Alter, ist das geil. Wow. Nachladen, Freunde. Das sind echt schöne Waffen hier. Yo, was ist das denn da für eine Ranke über den Zaun? Oh, hoffentlich kommt gleich ein Endgegner oder so. Alter, der sieht geil aus. Alter, der sieht geil aus. Ich finde, ich finde das gerade echt witzig, ne? Bisschen, bisschen, bisschen haben wir ja schon zurückgelegt. Oh, fuck. What the fuck? Also, jetzt muss ich aufpassen. Die kommen hier von... Oh, scheiße, mein Auto ist fast kaputt. Ja, ja. Ach, da oben. Hammer bekommen. Sehr schön. Double Damage. Okay, alles gut. Oh, jetzt drückt das Shotgun noch ab. Hinter uns ist alles safe. What the fuck, alter? Alter, was ist denn hier los? Karre, mach mal. Alter, wir bleiben stecken. Verdammtes kleines Scheißviech, ey. Okay. Einfach grob erstmal in die Richtung schießen, da wo man die Geräusche hört. Lohnt sich auf jeden Fall. Dich habe ich gerade nicht gehört. Alter Johnny, jetzt gibt Kette, ey. Ich glaube, er lädt nicht nach. Ich glaube, der ist tot. Fuck. Fuck. Wo kommt der denn auf einmal her? Scheiße. Oh fuck. Wow, jetzt kommen die Großen. Alter, es wird immer dunkler. Jetzt ist die Frage, liegt das daran, dass wir schon genügend Schatten abgekommen haben? Oder wo ran liegt das? Alter. Ich werde nur noch drauf schießen. Aber ich treffe. Aber komm, ich bin ein guter Schütze, oder? Was machen die Freunde? Alter, es hört nicht auf. Fall nieder. Ach du Scheiße. Hm. Die oder? Ja. Ja. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir nehmen- Wow. Alter, was passiert hier? Erstmal die Waffen. Das ist ja mal grandios. äh, die Waffe ist halt ein bisschen, ne? Äh, die ich muss vorhalten oh haltet die von hoch Alter, du kommst da nicht vorbei wow direkt daneben da, komm mal her, wir tauschen mal die Hände hier okay, alles noch gut, alles noch gut was ist das für ein Ding? Alter Alter, der schreckt mich nicht so oh, da oben Alter, Alter ach, wo willst du denn immer, Kleiner? Alter, das ging so langsam da treffe ich gar nichts ich muss so krass vorhalten oh schön mit Visier aber wofür ein Visier? das brauche ich hierfür nicht dann los, jetzt aber ja, getroffen da komm ich sag ja, da sind übrige Alienwaffen hier ob wir wirklich ein Mensch sind? mh das bezweifle ich Alter, meine Augen meine Augen, Freunde, ne? Alter, Falter Alter, Falter ich zieh dir richtig, aber der Zaun der ist eindeutig zu hoch okay, meine Pistolen hab ich noch immer ob das normale Pistolen sind, oder? okay, sind normale nimm ich die Bitters hier na bist du da runter? bam, Alter ich glaub, das ist das letzte Level so wie das aussieht ich mach mal so stark von aus wow diese waffen aber das sieht so geil aus was ist hier so laut ohne witz da oben wieder na 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 treff er da wieder runter mein fräulein hier das war ein geiler headshot ganz ruhig ganz ruhig nicht getroffen so komm das war doch jetzt der letzte oder ja was passiert jetzt warte ich sehe nichts mehr ich sehe nichts mehr vorne ja meine freunde das war's auf jeden fall ja playside vr der sound ist gerade weg keine ahnung warum oder ja tatsächlich ach guck mal hier die zombies die schlafen schon ach der eine spielt da ein bisschen hin und her guck mal der springt von dort nach dort aber keine ahnung auf was er da gerade sitzt ja wie gesagt meine freunde das problem mit arg werde ich noch beheben das war's würde ich sagen freunde das war's mit zombie riot ach dass ich jetzt das na sehr schön da könnte ich sogar meinen namen schreiben na komm jetzt ein er na komm hat jetzt ein a ja freunde herzlich willkommen bei latura nein scherz beiseite also man könnte jetzt noch ein endless mode machen aber das möchte ich jetzt nicht machen ich hoffe euch hat das kurze let's play gefallen wie gesagt ich habe tausend andere spiele für die vr pralliert werde ich alle noch spielen nur für euch dann würde ich sagen bis zum nächsten mal lasst ein like da und ich versuche dass demnächst arg kommt arg park naja freunde dann würde ich sagen bis zum nächsten mal bye bye bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.